Ein guter Freund von mir in Alanya machte die Ausbildung zum Zahnarzt und begann seine Laufbahn als Zahnarzt in der Hospit-Attent-Klinik hier in Alanya. Als ich seit meines Lebens immer Probleme mit meinen Zähnen hatte, suchte ich einen Arzt des Vertrauens, der mir meine Zähne neu macht. Und darum habe ich mich entschlossen die Hospit-Attent-Klinik aufzusuchen und mir ein Bild vor Ort zu machen. Ich habe mir alle Zähne neu machen lassen, plus acht Implantate. Ich hatte in keiner Weise einen Vertrauensverlust und sie haben zu meiner vollsten Zufriedenheit mein Gebiss erneuert. Und daher kann ich diese Klinik jedem nur weiterempfehlen. Ich hätte auch noch ein bisschen besser empfehlen. Ja! 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 Ja!